servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal race to world first recap jetzt aber wirklich final die allerletzte episode wir haben mit dem gestrigen tag fünf gilden die es geschafft haben den kerkermeister zu klatschen und damit will ich das kapitel jetzt hier wirklich endgültig beenden die bekanntesten gilden haben ihn jetzt down und ich denke mal danach kann man kann man jetzt langsam aufhören ich glaube bei allen anderen beziehungsweise die in der community bekannt sind dauert es noch ein bisschen das eigentliche race ist rum die meisten streams gehen jetzt auch wieder down weil die großen zuschauer bringer echo method liquid pieces und so weiter sind jetzt durch also was gab es neues wir hatten vorgestern method mit dem kill und gestern gab es gleich drei und zwar skyline als beste asiatische gilde sk pieces und liquid da hatten wir de facto zwei an sich first kills gehabt den ersten asiatischen von skyline und den ersten us kill des kerkermeisters von liquid dementsprechend top 3 geht zweimal an eu einmal asien dann nochmal eu und dann us interessant sind die pull counts method 260 pulls sehr gute leistung echo 277 skyline 424 pieces 396 und liquid 452 die waren zwar auch als erstes an dem boss beziehungsweise mit echo ich glaube das war relativ zeitgleich so in dem dreh aber da hat man dann doch gemerkt dass bei ihnen ein bisschen dann die luft raus war wir haben noch dann erster mit 11,4 prozent yitian hong 26 7 die guardians 573 fat shakias 61 4 hier wird nicht geschert dann haben wir version die hätten fast bei 10 von 11 gestanden rigelon auf 0,5 prozent sonics imperative folgen in cent dollar zero empathy also wir sehen dauert noch bis noch mehr gillen vom kerkermeister stehen und in sachen deutsche beteiligung version dürfte denke ich mal heute zum kerkermeister kommen aber dann wird es wahrscheinlich auch noch ein paar tage dauern bis er dann letzten endes liegt ja sehr schön da haben wir einmal den stream von sk pieces beziehungsweise in dem fall sk gaming gucken wir uns zu guter letzt noch mal ein bisschen ein bisschen lektüre an oder was heißt lektüre ein bisschen kill videos zum letzten mal für dieses tier vom kerkermeister gut wobei bis ich den selber kill das wird auch noch ein bisschen dauern aber einfach noch mal schauen wie haben sie ihn gelegt wir sind jetzt in der p3 noch ist auf 14 prozent sieht bis hierhin relativ ordentlich aus alle spieler am leben haben jetzt noch ungefähr 50 sekunden bis kampf rausch wieder ab ist also hatten sie ziemlich guten damage jetzt ist azeroth auf 10 energie das heißt der kerkermeister geht hin und würde jetzt den fight quasi beenden allerdings wenn er jetzt hier die vierte stage trifft dann geht er rüber und auch hier gab es ein bug der kerkermeister heilt sich nicht in dem maße hoch wie es eigentlich sollte er ist nur auf 11 prozent und nicht auf um die 20 wie es eigentlich sein sollte gut de facto hatten wir jetzt aber bei weiß ich ich glaube von den top 4 war in jedem kill irgendwas verbuggt soweit ich das weiß wir nehmen es einfach so wie es ist in boss zu killen ist trotzdem noch eine sehr starke leistung und gleich kommt kampf rausch ab das schild ist jetzt noch drauf gewesen jetzt ist runter und jetzt müssen noch die letzten zehn prozent runter geprügelt werden ihr seht es gibt auch wieder bomben in dieser phase sehr schön alle rein und gleich hier nach müsste kampf rausch kommen wenn ich mich ja wohl so ist es jetzt noch acht prozent sieben noch mal alles raushauen richtig damage drücken auch interessant im damage meter die demo warlocks carrion hat also die gehen mal richtig ab bitter hier für den krieger dass er beim kampf rausch so weit weg stand aber die letzten drei vier prozent noch einmal spreaden und das sieht doch sehr sehr schön aus und dann ist es natürlich auch letzten endes der kill bin mal gespannt wie die reaktion ausfallen wird pieces war ja in berlin das war aber sehr verhalten einmal kurz in die händchen geklatscht und das war's nun gut jeder nimmt das anders war ne aber wir haben quasi noch eine pov und zwar von liquid die haben das ganze oder das finale hochgeladen auf twitter auf twitch habe ich den kill jetzt nicht gefunden machen das ganze auch mal ohne ton hier sehen wir jetzt sind sie auch dabei letzten fünf prozent kommen wobei ich bin mal gespannt mal kurz gleich in die nerd screams reinhören wie sehr liquid das ganze abfeiert natürlich für die schade dass sie es nicht geschafft haben ihre starke position zu behaupten aber trotzdem der start ins tier okay auch da sehr verhaltene reaktion ich denke mal letzten endes ging es jetzt für liquid auch eher nur noch darum weil sich den boss killen tier abschließen und erst mal verdiente pause machen wie gesagt das haben sie sich wirklich verdient und ich habe immer noch sehr großen respekt vor der entscheidung dass sie da gesagt hatten sie fahren nach hause nehmen sich eine pause weil sie einfach nicht mehr können auch das muss man eingestehen damit danke fürs zusehen danke für ein tolles race to world first danke fürs jeden tag einschalten und feedback geben und so weiter und so fort wenn euch das ganze gefallen hat würde ich mich sehr freuen wenn ihr im nachhinein noch einmal ein abo da lasst wenn ihr noch nicht abonniert habt natürlich wird natürlich auch in zukunft weiter solche videos geben ich freue mich schon aufs nächste race to world first auch wenn das noch eine zeit dauern wird damit lasst euch gut gehen habt eine gute zeit reingehauen